Der letzte Schritt, also der vorletzte Schritt meine ich, ist die obere Ebene, beziehungsweise zuerst einmal die dritte Ebene, die sich mit der oberen Ebene löst. Als erstes würde ich hier gucken und sehe, ich muss ganz schön viel jumblen. Die beiden hier will ich hier in diese Ebene bringen. Wenn ich den Orangen runterdrehe, passiert es, dass sich die gegeneinander austauschen. Einer ist also falsch. Was ich also mache ist, ich werde den hier jumblen. Um die beiden hier, diesen Orangen und diesen Gelben zu tauschen, müssen wir zuerst einmal rechts drehen, links drehen und nun haben wir die hier gegenüber. Wenn ich das gleich wieder zurückdrehe, habe ich hier die beiden getauscht. Also, wir drehen die rüber, ich halte meine Finger drauf, um zu zeigen, welche das sind. Also hier der Gelbe und hier der Orange. Also tausche ich die beiden miteinander. Ich mache dafür wieder diesen Jumble Move Right und muss diesen Setup Move, den ich gerade gemacht habe, zurück machen. Also erstmal hier und hier. Jetzt habe ich die beiden, das Ganze nur spiegelverkehrt, hier miteinander gedreht und kann diesen Orangen nun hier einsetzen. Wenn ich das mache, passiert wieder einmal, dass sich einer löst und der andere nicht. Also bedeutet das, wir verstecken diesen Orangen, einfach die rechte Seite hier drehen, diesen Orangen hoch bewegen, nun holen wir diesen versteckten Orangen zurück und können das zusammen hier rein einsetzen. Wieder einmal interessiert uns diese Orientierung dieser Mittelkappen nicht. Die ist komplett egal. Okay, nun wollen wir einfach mal hier rot lösen. Wir sehen wieder einmal, die beiden roten sind in demselben Orbit und das nützt uns nicht viel. Was wir machen ist, wir tauschen die beiden hier miteinander. Also drehe ich den Würfel, die beiden will ich tauschen. Rechts, links und jetzt Jumble Move R oder rechts, je nachdem wie man es sagen möchte. Und wieder rechts und links den Move zurück machen. Und wenn ich jetzt gucke, kann ich den hier einfügen. Zuerst einmal verstecke ich den hier, hole mir den roten hoch, bringe den versteckten zurück und kann die zusammen einsetzen. So, jetzt muss ich hier noch Orange wieder einmal lösen, weil ich Orange vertan hatte. Das bedeutet nichts anderes als, ich bringe den auf die obere Ebene, hole mir den Orangen hier, habe die gepaart und setze die ein. Dann ist das schon mal gelöst. Nun hier der Blau. Der Blau ist hier drin, das funktioniert schon mal. Und den und den Blauen zu tauschen, würde jetzt keinen Sinn machen. Wir wollen eigentlich immer den, den wir tauschen wollen, mit einem Gelben tauschen. Wir wollen den aber eigentlich nicht an diese Position bringen, weil der ja schon ist. Aber, wir müssen den von der rechten Seite erstmal auf die linke Seite bekommen, denn sonst kriegen wir den hier nicht rüber. Erst einmal von der rechten Seite auf die linke Seite bringen. Bedeutet, wir tauschen den mit einem Gelben hier. Das heißt, wir holen uns den Gelben hier runter. Würden die beiden jetzt tauschen, also Jumble Move rechts. Jetzt ist er hier drüben. Ich korrigiere eben diesen roten hier. In Sicherheit bringen, rot hoch, zurückholen und einsetzen. Nun haben wir wieder den Fall, dass die beiden hier so in denselben Platz sind. Das ist aber nicht so schlimm, das können wir natürlich beheben. Wir tauschen die beiden miteinander. Bedeutet wieder einmal, wir bringen die beiden mit R und L auf die linke und rechte Seite, führen den Jumble Move R aus und können nun den blauen und den blauen zusammenfügen und einsetzen. Nun noch den roten und den roten zusammenführen und dann hier wieder einsetzen, damit wir keine Probleme haben. Jetzt brauche ich hier noch die beiden Orangen zusammen und sehe nun, was ich noch brauche. Ich muss beide auf die Seite hier rüberbringen. Bedeutet, wenn ich jetzt den jetzt hier so hinbringe und gelb gegenüberliegend kann ich diesen grün und diesen gelben hier tauschen und den hinteren gelben und den hinteren grün. Das beides mache ich jetzt in einem Schritt. Also erstmal hier vorne mache ich Jumble Move R und habe jetzt den grün schon an der richtigen Stelle. Ich drehe den Würfel und tausche diesen gelben und diesen grün und habe nun grün an der richtigen Stelle. Nun muss ich hier noch diese korrigieren. Ich verstecke mir den roten, hole den roten hoch, bringe den roten zurück und einsetzen. Nun hier oben. Ich verstecke mir erstmal den blauen, bringe den blauen hoch, zusammenführen, einführen und den. Das sollte sich immer lösen. Nun haben wir hier schon mal diese Ebene, diese dritte Ebene gelöst. Wenn es aber passiert, dass wir zum Schluss alle in den richtigen Plätzen gebracht, in den richtigen Orbit gebracht haben und der wäre auch hier theoretisch richtig, aber da jetzt nicht eingesetzt ist, dann würden wir es so machen, dass wir dieses hier vorne halten und nun einmal R L drehen, Jumble Move Right, Okay, jetzt will er gerade. So, jetzt aber. Und jetzt wieder R und L und jetzt müssen wir eben hier das noch beseitigen, was wir hier angerichtet haben, das heißt, ich hole mir den grün nach oben, kann ihn mit den Paaren, das zusammen einsetzen und nun kann ich die Beine zusammen hier einfügen und hätte auch diesen Fall gelöst. Nun kommen wir zur letzten, oberen Ebene, die vierten Ebene und nun beheben wir erst einmal diese Center-Steine. Um so einen Center-Stein zu drehen, machen wir folgenden Algorithmus. Jumble Move Rechts, Jumble Move Links und ein Front vorne F. Nun ist der hier richtig drin. Nun noch den hier. Jumble Move Right, Jumble Move Left Links und noch ein F. Das hat keine Auswirkung auf die anderen Steine eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob er in den Ecken, aber das ist nicht so wild und tauscht nur, oder dreht nur dieses Center-Stein. Nun geht es zu den Ecken. Zuerst einmal würden wir gucken, ob schon vielleicht alle gelöst sind oder zwei gelöst sind. Wenn zwei gelöst sind, haben wir einen, sagen wir mal, Parity-Fall. Das ist jetzt nicht der Fall, wir haben nur eine einzige richtige und nun halten wir die vorne links und führen den folgenden Algorithmus aus. Left Right Back Left Back Right Back Left Back Left Nun haben wir die anderen Steine alle miteinander getauscht. Wir haben jetzt hier den immer noch richtig drin, haben wir jetzt den richtig drin, den richtig drin und den hier hinten richtig drin. Nun müssen wir noch zum Schluss die letzten Ecken hier orientieren. Dafür benutzt man einen sehr einfachen Algorithmus. Wenn jetzt hier oben mehr als ein Stein richtig ist, hier sind zwei Steine richtig, dann hatten wir eine falsche Ecke hier vorne links. Und nun führen wir den folgenden Algorithmus aus. Das ist eigentlich ganz simpel. F R B L F R B L und das machen wir so lange bis Gelb nach oben zeigt. Wichtig dabei ist aber auch noch eine Kleinigkeit, die man beachten muss und zwar die Orientierung dieser Center-Steine. Wenn die falsch ist, muss man den Algorithmus einmal ausführen und dann sind die wieder gelöst und wenn man das Ganze zweimal ausführen muss, muss man da eine Kleinigkeit beachten. Jetzt müssen wir diesen Algorithmus, um diese drei zu beheben, nur ein einziges Mal ausführen. Dies ist auch vorteilhaft, denn wir müssen nur einmal die hier noch drehen. Das heißt, einmal die drehen und einmal die drehen. Das heißt, in einem Algorithmus machen wir das Ganze. Wir halten den Würfel so, dass die richtige gelbe Ecke vorne ist und wenn wir es einmal drehen müssen, zeigt der gelbe zu uns. Nun bewegen wir den in die Richtung zu dem, der uns anguckt. Also den nach links. Und dann würde ich diesmal so herum mit dem Uhrzeiger sehen. Also Front F L B R F L B B R F L B R Und schon wäre der Curvy Copter gelöst. Ich zeige jetzt noch einmal den anderen Fall und dann war es das auch schon. Der andere Fall wäre der, dass jetzt einer richtig ist und diesmal sind die Centa richtig. Wenn dieser Fall aufgetreten ist, ist es nicht so, dass wir das jetzt nur einmal ausführen müssen, sondern wir müssen das Ganze zweimal ausführen. Das erste Mal drehen wir in die falsche Richtung, bedeutet, wir würden gelb nicht nach oben drehen, sondern auf die andere Position, hätten dadurch diese Centa Steine verdreht und würden dann diesen Gelb noch einmal nach oben drehen und gleichzeitig diese Centa lösen. Also würden wir erst einmal den anderen Fall präparieren. Und dazu machen wir es so, dass wir wieder den vorne halten, der gelöst ist und diesmal nicht den Stein nehmen, der an zu und zeigt, hier zeigt kein gelber zu uns und nun würde ich den nach links drehen. Und jetzt wieder einmal in die Richtung, einmal so schön im Uhrzeigersinn. Und nun haben wir den Fall von gerade, da es einer gelöst ist, der gelbe zu uns zeigt und dass diese Zentnersteine falsch orientiert sind und wenn ich ihn jetzt noch mal in die Richtung drehe, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der zeigt zu uns, die sind falsch, dann so herum würde sich der komplette Würfel lösen. und so löst man den Curvy Copter falls ihr Fragen zu diesem Tutorial oder generell habt dann schreibt mir einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar schreibt einen schreibt an schreibt Untertitelung des ZDF, 2020